Das Bild »Teppich der Erinnerung« ist eines der frühesten abstrakten Werkeklees. Der Begriff »Teppich« bezeichnet hier ein Gewebe aus Erinnerungen, Emotionen und Gedanken an Vergangenes, das sich aus Zeichen, Farbtönen und Strukturelementen zusammenknüpft. Der Teppich simuliert durch seine materielle Beschaffenheit Spuren der Alterung und damit auch der Erinnerung. Allerdings sind keine konkreten Erinnerungen an Vergangenes, an Erlebtes gemeint. Die Anspielung auf Tunesien und den Orient lässt sich eher erahnen als belegen. Klee malte die erste Fassung 1914, nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges und dem raschen Tod August Mackes. Bis zu seiner Vollendung 1921 überarbeitete Klee das Bild immer wieder. Dabei drehte er das Bild um 90 Grad nach links. Den ursprünglich auf einen Keilrahmen gespannten Leinenstoff montierte er nun auf einen Karton. Der Malgrund wurde von Klee mit Nesselstoff und einer dicken Schicht Kreidegrundierung sorgfältig präpariert und die Farben in verschiedenen Schichten mit Wasser- und Ölfarben aufgetragen. Alles fügt sich zu einem dichten Netz aus geheimnisvoll versinkenden, übermalten und neu erscheinenden Strukturen und Zeichen zusammen. Die einzelnen Zeichen zählen für sich genommen wenig. Die Lesbarkeit des Einzelnen verschwindet hinter dem Gesamteindruck. Paul Klee verwendete größte Sorgfalt darauf, durch künstlich effektvolle Verschmutzungen der Oberfläche, durch die künstlich ausgefransten Ränder und durch den scheinbar ungepflegten Farbauftrag, den Eindruck des stark abgenutzten alten Teppichs hervorzurufen, eines lange gebrauchten, liebgewonnenen Gegenstandes. Die Formenelemente des Teppichs, Kreuze, Quadrate, Kreise und Buchstaben ähnliche Zeichen, wirken auf den Betrachter wie unentzifferbare Runen. Es entsteht der Eindruck, als habe Klee die Zeichen völlig willkürlich über die Fläche verteilt. In Wirklichkeit liegt der Komposition aber eine strenge formale Gliederung zugrunde, die dann erkennbar wird, wenn das Bild um 90 Grad nach links gedreht wird. Besuchen Sie das Zentrum Paul Klee Bern und sehen Sie die Werke im Original und laden Sie unsere Gratis-App Museen Bern aus dem App Store herunter.